Am Giga ist in meinem Live-Chat, also quasi mein Livestream gekommen, erst einer meiner Idole und das ist richtig heftig, du hast einfach dein, du denkst einfach nichts, Livestream einfach, einfach mal so, just for fun, ne, und dann kommt einfach am Giga im Live-Chat, das ist echt krass. Hallo Leute, hallo, ja hallo, und jetzt könnt ihr mal zum Video, heute spielen wir eine Runde Aura PPP auf den Surfer von Redkiller, und da sind wieder Leute reingejoint, haben die einen, ach man rede, ach man rede, so, es wurde alle gekickt, und wir können jetzt eine Runde Aura PPP spielen, und heute habe ich ein Thema besprochen, das ist weltbewegend, fühle ich, das ist einfach heftiges Thema, kein Team da oben, also die Team, ach Leute, warum teamt ihr denn? Und heute, ich bin mir eine Runde Aura PPP, weil, ich habe gestern Livestreamt, und, ja, der Titel wird irgendwie heißen, danke einem Giga, oder etwas, weil, das war einfach mein Highlight des Tages, wenn ich es Monat, und es einfach etwas passiert, ähm, was mir jetzt ein riesen Motivationsschub gegeben hat, und, das ist nämlich, das, wird das nämlich, das, am Giga, ist in meinem Live-Chat, also quasi meinen Livestream gekommen, und hat da, Bessers geschrieben, und es war einfach so heftig, wie groß ich schon, ich hab für, zehnleutige Livestream, dass die eher einfach in meinen Livestream kommen, erst einer meiner Idole, und das ist richtig heftig, du hast einfach, du denkst, einfach nicht, nein, ich stehe einfach, einfach mal so, just for fun, ne, und dann kommt einfach mein Giga im Live-Chat, das ist echt krass, das war einfach das Highlight des Tages, du folgst uns schon so lange, und dann, danke schon nochmal an dich und hier, ähm, du machst so gute Videos, das ist einfach unbeschreiblich, deine Erfahrung, schon auf YouTube, das ist echt krass, du dich entwickelt hast, jeder muss sie entwickeln, jeder YouTuber, und, das hast du echt gut gemacht, im Putin-Sinne, oh, weg, 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 und, warum wir jetzt gerade auch auf den PS spielen, erstens, Texo Scratch, Texo ist krank, und, Aura PvP ist ein Lieblingsspielmodus, deswegen spielen wir den, und einerseits, weil ich genau in dem Moment Aura PvP gespielt habe, und ich war hier, was soll das, was soll das, was soll das, was soll das, nein, nein, ich war hier, ein paar paar Minuten später, ganz gut, schöne Hits, ja, weil er glaub ich hat ein bisschen so ein Be-Zips trainiert, ja, alter, echt gut durch, ja, alles war, macht sich ganz gut, ne, auf jeden Fall, oder, über die Welt 1 wird ihn geträgt das Kurs gehen das ist die gleich rauf gleich hix an geht auf eine Tüge wir sind noch die Runde zu gewinnen 6 sehr wohl haben sie kommt zum schluss alter alter, jawohl, alter was ist denn wie unfair hat er denn gewonnen er ist einfach dazugekommen was war das mit der App-Store was ist da los ich hab in den 20er Formen die BG geworfen und du musst den 2 nicht fehlen mit dem 0 F**k man F**k man F**k man ich hab alles aufgeräumt scheiße man war das ein Abstauber ho ein bissl aufreden ja jetzt haben wir wieder Streit F**k jetzt müssen wir nicht der anderen dann auf lobe schuldig jetzt alle hallo maul ok das müssen wir fangen mal Leute der ist dumm dafür macht ein Screen steht euch neben mich ok die ersten hast du gescheckt ja ja hallo was denn der andere na kommt der ok das ist ein Lieblings eine gute Mehrung damit zu euch gewonnen und tschau auf 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 auf